Was hat hier gespielt? Oh mein Gott. Willkommen zu Bright Falls. Was? Bright Falls? Wie hat man hier die Geschichte angefangen? Auf diesem Schiff. Was? Was? Untertitelung. BR 2018 Mit Blumen und Wein. Ah, okay. Ja, komm. Oh, eine Leuchtpistole. Ist ja wie damals. Das wird hier gespielt. Oh, nein. Ah, achso, das war das Video. Okay, sorry. Oh, das war die Dunkel-Lumbe. Aber danke für die Show-Einlage. Ich bin ein bisschen scratch. Wo ist er? Aua. Hättet ihr, hättet ihr, hättet ihr, hättet ihr, hättet ihr komplett auf. Oh, wartei. Oh, warteum. Ich hatte sie komplett auf, okay. Weißte, egal. Ich hättet ihr, dich hättete, jetzt hättet ihr komplett auf, okay. Ach, du ehlend. Okay, ich dachte, es hält, dass ich da für die bleiben joinung stehen, wenn man auf Die schießt, wenn man ins Herz reinballert. Wann war das. Wie hab ich das gedacht? Egal. Äh, Batterie gibt's nicht? Na Gott. Ich wollte schon einmal bei schöner Musik sterben. Das war mein Lebenstraum. Er stand ganz oben auf meiner Liste. Na Gott. Ah, scheiße. Wo sind sie? Das war's. Oh, ich hab keine G-Mail. Erstmal zu sehen, nicht mehr! Los der Joll! D reduz' ich Sadly! Ich hab' hier verstanden, nein! Wir gefährlich! Wir sind Schief Birgami. それでは... …und hat sich ein Inszen beникиken. Aufmerksamkeit! Das alles muss' ich tun. war Deal ist etwas kla detectisiertISGIR. doch aus der Einladung mein lieber Adam was tust du Wette ist willkommen ich bin auch wegge... Ja! Ah! Blöde Affe! Oh fuck, ja toll Ah, scheiße Fuck Ja, jetzt ich auch keinen Tanschner bekomme Da gibt's ja irgendwas War ich nur blind Lass mal oben Lass mal oben, dann können die sich da nicht treffen Hä? Ja, ein paar müssen weh Aua Hat er mich getroffen? Ja, nein, das kann doch nicht dein Ernst sein! Ja Ja, danke, ich bin ausgewichen, ne? Wie, wie meint das denn hier? Ja! Hallo! Der lässt mich ja nicht mal... Der lässt mich ja nicht mal nachladen Ach, come on! Der kann ja Dauer, der kann ja Dauer schmeißen, der Pisser Alter Ja, du hast ja nicht mal eine Batterie für die Szene Das muss ja wirklich perfekt heim Oh Gott Aber wen ist ja auch gut das jetzt nicht mehr Wenn mein Tau überstürzt Na gut Na gut Jetzt können wir das einfach Okay Egal Ja, komm mal her Begrüßt euch gleich damit, dann hab ich schon mal zwei von euch weg Den lade ich jetzt schön durch Mal halt anders Ich hab doch... Wieso wirkt das denn nicht? Hä? Ich verstehe euch nicht Mal weiter nicht Ach so Jaja, alles gut Ist doch, Bootman Ah, die Fasse Jemand mag dich Ja, tschüss Ja, tschüss Das ist ihr seht dein Ernst Ja Wer verpiss ich, Alter, so Er will ja alles so, das ist doch gut Ich dachte eben schon, der wird noch Okay Ja 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 Bitte, bitte bloß nicht zu viel geben Ja gut, ich hab ganz schön viel Jetzt lass mich das nochmal Ich hab... Oh, ich hab wenigstens ein bisschen Batterie bekommen Ja, Gott sei Dank Was hab ich denn eigentlich noch bekommen da? Aber was hab ich jetzt eigentlich? Weiß ich mal an Nein Das, Batterie, äh... War... War keine Energie, ne? Nein Energie Bloß nicht zu viel Energie geben Man könnte es überleben Verstehe ich Ich würde ja auch nicht tun Oh Gott, das ist halt sau eklig Aber es ist auch klug gemacht Na Negi Na 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 Wait for Sold, ok Hey Feier! Na ich beide erwischen, na egal Jetzt knall ihn doch weg, alter Gut Gut Die hätten wir Easy Okay, Enemies Achso, Enemies an ihren Feinde, danke Hoch! Geh doch hoch! Ich bin tot, das war's, ich komm nicht mal hoch, ich komm nicht mal runter, ich komm nicht hoch Das ist eine Scheiße, alter Jetzt lad das nicht nach! Oh, Bruder, auch noch drei Jahre Ja, ne, ich bin tot Keine Ahnung, bin irgendwie neu, ich hab noch Na ja Gott, da geht da nicht mal hoch, weil die da im Weg steht ja keiner einen Schritt nach zurück Ja! Bitte! Bitte! Oh mein Gott, alter Och, oh, 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 oh Oh, 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 oh Das ist ja blöd gut der ich höre die ja nicht die wo er geht man auch oben erlangen Tippenproblem heute war ich beide erwischt ja das du hast ja Tomaten daft im Gesicht okay er hat zwei Schuss alter ich bin alter ich bin ausgewichen was war das ja bitte ich bin doch ausgewichen was ist denn das alter ja klar Arschloch nee weiter rein klar was ist der Kerl die ist nicht nachgeladen ja ich hab ihn doch weggegeben da können wir noch lad nach allen allen lad nach weil sie müssen nur holen äh, ist ja übertrieben hätte ich mir aber schon gedacht, dass es nicht speichert, darum war ich mal so vorsichtig aber ich hätte im Grunde die Hoffnung, dass er vielleicht doch gespeichert hat übertrieben einfach nur hier was ich habe, dass er mit dem Motivator war ich nicht. Der macht er viel zu sein dass er nicht mehr zu sein wenn ich nicht mehr zu sein ist, dass er nicht mehr zu sein Die Freunde ist fickt, ich geh raus! Von Alan Wake, Alter! Nein! Ich bin wieder fest! Mh, aah! Tschüss! Nein! Voll ich nicht! Scheiße, das wollte ich nicht... Geil! Doch! Alan braucht's ne Einladung zum sterben! Oh, jetzt ist er! Scheiß Pkw im Weg! Wieso? Das ist doch nicht euer Ernst, ey! Okay, hallo! Jetzt nimmt er die Taschen an, aber die Verdammten meint! Oh, du lacht das! Alter, jetzt ist er tot! Ey, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht ausdenken! Oh, dann haben wir noch einen Katz, da hab ich letztes Mal mitgenommen, ich weiß gar nicht! Ja, ist der natürlich tausend, weil jetzt gegen die Konten, ne? Das ist natürlich wieder dumm! Ah, das war doof! Ja, wenn was tun, nein! Enemy, ja, ja! Ah, ja! Ah, ja! Gut, hätte ich nicht hätte ich hätte, ja, okay! Ah! Ah! Leckt mich am Arsch! So! Mensch, jetzt gehen da! Da war jetzt kaum auch Muni! Ah, geil! Richtig Muni-Mangel! So wird gut bekommen! Und die ist hier nicht nachgeladen, weil hier... Ey, Matta, hör doch mal auf den Scheidlupe zu machen! Eintab! Ah! Was ist denn, Emma? Ja! Ja, der ist tot! Ja, der weiß auch nicht, was hier... Ist ja nicht tragisch! Ich werde beschleunig mit mir kriegen! Oder? Genau, ja, da kam der Typ an, der mit mir gekillt hat! Aber nicht! Und mehr, du! Spacken! Ah, Gott! Was ist das hier für'n Kapitel, Alter? Ist das los jetzt? Okay! So ever! Safe! Safe! Oh! Geil! Danke! Cool! Alles geschafft! Ah, das war der letzte Gegner! Ey, willst du nicht veräppeln, oder? Ja, natürlich! Am letzten Gegner hab ich gescheitert! Klar! Mein Kind! Oh, Alter! Okay! Habt's geschafft! Die Dunkelheit kann mich mal! Hä? Hä? Das war interessant! Interessant nennst du das ja! Würde ich auch nehmen, wenn ich versucht umzubringen! Soll ich auch sagen? Ah! Versuch durch Attentat! Ah! Das war doch! Das war interessant! Oh, meine Lebenserfahrung! Oh, meine Lebenserfahrung! Mann, das Leben ist nicht so langweilig! Wenn man... Wenn man... Wenn man... Ich hab keine Lust! Ich will nicht mehr! Ich wollte auch nur speichern! Ich wollte erstmal speichern! Och, Leute! Ich wollte... Ich wollte speichern, Alter! Alter! Alter, nein! Oh, Leute! Lass uns mal auf Schwerspielen! Das ist bestimmt eine coole Idee! Das sind meine Ideen manchmal! Äh, was? 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 das ist ein Teufel alter macht es gut was ist hier los ey das ist ein Horrorspiel geil 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 was So hoch! Oh Gott, ich will nicht! Angst! Oh, hallo mein Hübscher! Achso, muss ich das Lied? Achso! Ach, muss ich das halt immer wieder singen? Ich wusste nicht, dass sie Songwriter sind, ich habe ja den Autor, aber gut, benutzt das! Ah ja! So eeeend! Ha, nicht geil! Nein! Ich stelle mir so vor, aber sicher ist das die ganze Zeit, ne? So wie so ein Ohrwurm, nur so ein... Wie so ein Ohrwurm, Alter! Ha, geil! Ne, ich habe ein Musical, danke! Kindheit! Ich war in einem Musical über die Old Gods auf Asgard gefangen und durchlebte das Trauer meiner traumhaften Kindheit erneut! Okay! Weg zum Ruhm! Ich war in dem Musical gefangen, musste meine Probleme stellen und konnte mir mit meiner angeblichen Perfektion... Was angeht, die überweckten... Anfolgs soll noch nicht fertig werden! Brightfalls! In Musik gefangen! Im Musical gefangen! Kehrte ich zu einer Altersen zurück, die mich hierher gebracht hätten, als ich 2010 Brightfalls als Alice mich mit dem Dunkel stellte! Ich gehe in Dunkelheit! Ich habe versucht, einen Ausweg aus dem Musical zu finden, um meine Reise durch den Ort fest fortzusetzen! Naja... Lieder! Liedende! Lied... Der letzte Reform leitet das große Finale des Liedes ein! Okay... Okay... Du musst deinen Weg finden! Ah... Das ist Sau! Geil! Also ich glaube, sowas cool ist! Möchte noch nicht gehen! Ich habe nicht gedacht, dass mit dem Kapitel, wir singen, das so wörtlich genommen wird! Also, wir singen! Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht! Das ist ja wirklich! Das ist ja... Schon geil! Okay... Das Finale! Was zieht jetzt los? Ja... Das かern... war einer von West Ph行 das lied ist vorbei und ich dachte es könnte nicht noch seltsamer werden oh warte ich hab mal jetzt mein zeug wieder bei dem war auf jeden fall aber die knarre oh man und der hausmeister hallöchen hausmeisterchen champion des lichts der boote der dunkelheit meine schwedischen brüder zum teufel noch mal das ist das gute zeug es ist schon sauber ich muss da mal wieder kapitel ende geiles kapitel 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok